Was machen Sie eigentlich da? Ihr wisst doch alles sauber. Ich hätte keine Augen im Kopf. Überallte Hesse, die Schnipselwollmessen noch bekommst. Ich habe keine Woche. Und da habe ich gehört, wie der Name schon sagt. Aber wir sind nicht hier lieb. Da schnäht ich. Wenn das hier an und was da nicht lossteht, wenn man das von anderen nicht machen lässt. Und außerdem, achte die Bewohner im Haus viel besser darauf, dass sie nicht gleich wieder dreckig wird, wenn sie selber putzen. Und es sollte lange zu sich gesagt sein. Das Treppenhaus, der Hof und der Fahrplatz sind das Auslegeschild von einem jeden gefehlten Haus. Das gibt es für uns zwar nicht. Für uns ist alles sauber. Sagen Sie mal, woher kommen Sie eigentlich? Ich bin da, Berliner. Aber geboren bin ich in Ulmale, Donau. Da haben wir's. Da haben wir's. Wie sind Sie alle von uns? Ja, und wieso schwäzen Sie denn also geschraubt daher? Ich bin da. Vielen Dank.